Musik Herzlich Willkommen beim diesjährigen Heffert Adventskalender. Wir haben wieder viele tolle Überraschungen für Sie. Heute öffnen wir das erste Türchen und Sie dürfen dabei sein. Hallo. Hallo. Möchten Sie vielleicht heute unser erstes Adventskalendertürchen öffnen? Gern. Sie müssen dafür bitte ein Weihnachtsgedicht aufsagen. Kennen Sie eins? Ich glaube, ich kenne noch eins aus meiner Kindheit. Dann bitte. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee mit rotgefrorenen Näschen. Die kleinen Händchen taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und polterte hinter ihm her. Was drinnen war, möchtet ihr wissen. Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack, denkt ihr, es wäre offen der Sack. Zugebunden bis oben hin. Es war gewiss etwas Schönes darin, denn es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Wow, super. Dann kommen Sie mal mit. Das ist Ihre kleine Überraschung, bitteschön. Dankeschön. Ich soll es gleich aufmachen. Jetzt habe ich mal verkehrt rum. Und wir freuen uns auf Sie, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn wir das nächste Türchen vom Heffater Adventskalender öffnen.